... Mindestabstatt Was war denn das? Was? Hat irgendwas angegriffen. Das war eine Killerbiene. Ich glaube auch. Nein! Der hat sich offen gegeben, danke. Oh, oh. Wo seid ihr denn, ihr Nasenbären? Nein! Ich will mein Moped holen. Ich glaube, das kürzt sie dir nicht weg. Einfach weggekriegen. Ich will mein Moped holen. Du stehst auf meinen Arm. Ich fahr weg. Warte! Sorry, ich hab die Fett begann. Oh, Rakete! Oh nee, was macht der? Was macht du da? Ich hab vorhin weg bei dem Lackierer rein. Also bei dem Typ hier rein. Jetzt fährt er los im Kreis. Hey, der hört nicht auf! Das sieht so gescheiert aus. Hallöchen! Hab ich dir nicht Arschwackelverbot gegeben auf dem Kiez? Was? Sag mal, du Pornosausenfünfziger, was ist denn mit dir los? Oh, ich riech ja was, oh der Wichs. Ist das neu? Hast du eigentlich Zuckerkrank? Nee, aber ich kann ja nassen, wenn du willst. Oh mein Gott. Ab n gewissen Pegel ist mir egal, wenn das mal. So sieht's aus. War das ein Schutzgeil? Bitte sagt, das war ein Schutzgeil. Wie geht's dir, Schnucki? Oh, mir geht's ganz gut selbst. Ich merk schon, die anderen sind still. Bist du hier so der Macker? Na sicher ist mein Ding hier. Ach so, wie heißt du denn? Rakete mein Name, moin. Oh, moin moin. Rakete. Hat das hier so ne bestimmte Bedeutung bei dir? Das Titel. Oh, hey. Sollen wir uns mal privat treffen? Rakete? Wir können das auch hier machen. Gehst du ab wie ne Rakete? Ja, dann ziehen wir deine Höschen aus. Jetzt lass mir doch erst mal ein, zwei Bier trinken erst mal. Da ist doch noch nichts. Wenn du da bist, nicht langsam geht. Oh, gut. Ja, da was noch nie. Da bist du dann. Ja. 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 Ich tue dich, nalrt. Ich tue dich, nalrt. Ja. Ich tue dich, nalrt. Äh. Ja, nein.